Musik Manchmal fühle ich mich in der Dunkelheit bedrückt und traurig. Unsere Tage sind derzeit noch häufig grau und dunkel. Die Nächte sind lang. Doch schon ein Licht in der Dunkelheit bewirkt, dass ich mich wieder orientieren kann. Wir sehnen uns nach dem Licht. Musik 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 Fühle ich mich emotional angesprochen, wird es in mir hell und warm. Musik Licht wird nur durch die Dunkelheit sichtbar. Licht lässt die Farben sichtbar werden. Farben wirken auf uns. Blau Himmel Weite Grün Ausgleichend Beruhigend Rot Belebend Farbe der Liebe Liebe ist ein Gefühl ist ein Zustand Verliebtern ist ein emotionales Verbinden mit einem Menschen mit einem Tier mit einer Stadt mit einem Fußballverein mit dem Karneval mit der Familie Liebe Ausgleichend Aufhaber Herz Die Hose In D Korle E D Quarter Kino Ausgleichend W Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Verliebt sein jedoch ist nur eine Facette der Liebe. Heute ist Valentinstag, der Tag der Liebenden. Zum Zeichen der Liebe werden kleine Geschenke und Blumen verschenkt. Die Liebe aber ist allesumfassend. Sie kann stärken. Sie kann trösten. Sie kann uns befeuern. Sie kann Bämmer versetzen. Sie kann das Unmögliche möglich machen. Sie kann geben und nehmen. Liebe braucht Vertrauen, braucht Nähe, braucht Menschen, braucht Fantasie. Kannst du dich einlassen? Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als über große Dunkelheit zu jammern. ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020